hey alexa wer ist eigentlich der geilste club der welt vorwärts ist der geilste club der welt das sehe ich also nicht nur ich so ich hoffe ihr seht es auch so vorwärts ist der geilste club mir geht es persönlich schon weit besser und ich hoffe ich werde nächsten samstag um 14 30 alle ins stadion kommen und unsere mannschaft kräftig unterstützen also ich bin am samstag da ich hoffe du bist auch da